guten tag hier ist der gusor wieder ich bin immer noch zu besuch im clan gnadenlos und hier gab es wohl frühstück wurde mir hier mitgeteilt und ich würde mal sagen ganz ehrlich das im bereich also der gegner ist titan 2 und ihr mensul würde ich sagen ist titan 1 und das ist natürlich echt mega geil so eine base zu bekommen da liefert man richtig gut ab also ich sag mal da würde ich selbst im queen walk wenn es gut läuft eigentlich ja sollte ich sogar drei sternen bekommen also das ist natürlich richtig richtig nice und da kann man sich schon mal schön die pokies gönnen auf jeden fall king hier noch richtig schön dabei auf jeden fall okay ich hätte den großen wächter jetzt ein bisschen später genommen oder aber hey wie gesagt nicht ich bin der enthalten sondern der rest des clans oder sogar legende so jetzt sieht der king langsam down aus queen wird gerade geraged also das sollte ganz ganz easy passen golem haben wir sogar noch drin der sollte nicht gebraucht werden das sollte hier eigentlich alles ganz gut passen schade dass sie gerade jetzt aufs goldlager ging und nicht die ja genau da musste halt noch mal ein frost rein aber ansonsten ist das auch zeitlich kein thema also das ist gar kein ding hier wurde nicht ansatzweise die komplette zeit gebraucht klar den jump konnte man sich bei der base natürlich sparen aber das natürlich echt richtig richtig fesch so einen gegner mit so einer base in titan 2 bzw er ist ja titan 1 zu finden und dann natürlich pokimäßig noch so extrem abzusauen ja das ist natürlich richtig der schocker schön 16 pokale weiter geht's auf jeden fall dann gucken wir uns mal die nächsten an hier von camille hier sehen wir und jetzt kommt was kommen muss ganz genau da ist die earthquake und da haben wir die air defense draußen und jetzt würde ich mal sagen lasse mich überlegen wird er sie da kriegt man aufs maul kommt da ich würde mal ich würde jetzt mal was in raum werfen ich würde jetzt einfach mal denken er kommt von der flanke dass er in dem bereich nicht mehr von der luftabwehr rasiert wird aber wir werden mal sehen lasst uns überraschen vorteil hier natürlich noch zusätzlich der bogeyturm gerade im bau ich hätte noch mehr gedacht dass also noch und noch mehr das townhall anvisiert da hätte ich denke ich mal diesen ja ich sage es jetzt einfach mal als fehler da hätte ich den fehler gemacht wohl und hätte ihm gesagt ah gut okay irgendwie muss ich ja ans townhall ran aber auf 50 prozent gehen ist natürlich auch nicht fail also das passt schon ah inferno der reißt natürlich alles in stücke schön auf single da ist natürlich sense da ist richtig sense gerade noch so gerade noch so der große wächter überlebt sind wir bei 49 prozent dann ist das ding hier gegessen haben wir schön 50 prozent gerissen die queen hat noch volles leben fast und dann wurde aber auch abgebrochen und ein two star tadaaa ja wie gesagt also ich muss ja echt sagen also mit diesen lufttruppen das ist mir so eine sache ich bin da ein bisschen schisserig also da kann so viel schief gehen finde ich ist meine meinung gucken wir mal hier weiter lora lora scheiße die ganzen namen lora tiusi ich hoffe ich ey nicht dass ich auf small bekomme und die sagen alter wie sprichst du unsere namen aus alter auch hier richtig schön max wishes hier richtig schön in der masse gehen die da durch oah edel und schön die skelette haben sie nur abgekommen hier jetzt kurzzeitig komplett unbesiegbar aber sind wir mal ehrlich ich meine wirklich es ist ja halt wirklich so ich habe das ja am anfang auch gesehen als ich das erste mal so die hex hatte dachte ich mir what the fuck aber wirklich in in der masse bringen dies halt aber auch irgendwie nur in der masse oder also wenn man jetzt sagt so zwei stück oder so ja townhall ist down wenn man jetzt sagt so zwei hexen also vielleicht noch so in der cb ok aber ansonsten ist das schon eine knappe kiste und das war es glaube ich auch jetzt schon fast jetzt haben wir hier noch genau jetzt hier halt noch wirklich ein bisschen gucken aber das ist auch schon vom boogie turm äh ja gesichert hier auch nix totes mehr doch hier na ne da ist auch der boogie turm ja und jetzt natürlich dann die adler artillerie da ist natürlich dann nicht mehr wirklich was zu holen die snackt sich dann natürlich alles klar das war es dann dazu schade wäre natürlich geil gewesen wenn man noch einen stern gesehen hätte aber das ist denke ich mal vollkommen im rahmen vier mauerbrecher fails in folge ok da ja genau dann den barbaren vorgeschickt und trotzdem hat der ja ich glaube ja da hätte ich mich auch leicht geärgert h5n1 kennt ihr das noch das kennen bestimmt viele von euch gar nicht mehr das war doch dieser hühner virus ich glaube vogelgrippe irgendwie sowas war das doch ja ja also ich würde auch sagen also mit mauerbrecher war in dem bereich nicht so hart ich freue mich schon so extrem auf die sechser mauerbrecher aber wie gesagt ich bin halt noch nicht maxed townhall 9 deswegen werdet ihr mich noch jede menge an zeit im townhall 9 erleben helden wie gesagt der king ist ja jetzt mittlerweile auf dem weg zur 28 das ist schon ganz nett also ich hätte doch echt noch gedacht dass es mit den helden noch länger dauert aber das hat einwandfrei geklappt also das ging ganz gut bis jetzt wirklich immer wieder stetig jetzt den king wirklich schlafen zu haben das geht einwandfrei so hier gefreezed und schade natürlich dass der king erst auf die cb geht aber ich denke mal hier townhall jo das ist jetzt offiziell down aber wir haben halt noch die adler artillerie und natürlich auch ein inferno der halt auch nochmal ordentlich rein ballert in dem fall sogar auf single und guckt mal wie der king krasses pferd richtig richtig krass also der entfernung ist schon echt übel von der adler artillerie wollen wir jetzt gar nicht sprechen ja klar jetzt hier noch draußen probiert halt die 50 prozent klar zu machen hier ist natürlich totes gebäude hier sage ich jetzt mal wenn man schnell handhabt auch noch relativ gut zu bekommen aber jetzt kümmert sich die queen sogar von innen drum also das passt ich würde mal sagen das war wirklich ein easy guter two star auf jeden fall da hätten noch zwei drei sachen mehr schief gehen dürfen dann hätte das ding trotzdem noch geklappt ich meine es ist ja genug schief gegangen so heiko haut raus mit 49 prozent ach das ist also auch so ein kleiner äh drachen angreifer ja und ich sehe gerade heiko hallo an dich nochmal warum ist der king auf 26 junge was machst du falsch das ist natürlich jetzt auch ziemlich geil da kann man natürlich gegenüber den anderen dann immer schön sagen schön nochmal aufs brot schmieren hey dein king ist nicht mal max townhall 9 das wirkt natürlich aber ganz ehrlich ich durfte mir das ja mindestens ein jahr lang an na ne obwohl also das erste halbe jahr war schon richtig krass also ich habe ja wirklich mit den videos angefangen da war ich ja level 68 und townhall 9 ja tada und dachte wirklich am anfang was soll ich falsch gemacht haben läuft doch bei mir nein aber doch townhall muss down gegangen sein weil du ja nur 49 prozent hattest jetzt kommt dein schlechter king ja also ihr seht schon heiko kenne ich mittlerweile weile gut auf dem kann ich schön rumhacken ne also von daher sieht man natürlich klar das ist natürlich ein echt großer unterschied also als ich ja auch hier noch mit dem mike boss zusammen aufgenommen habe hatte der auch da hatte er den king auf 38 und er griff halt an und ich dachte mir auch naja gut okay ja passt townhall wirst du wohl nicht mehr bekommen und er sagt hey hey warte mal kurz jetzt zeige ich dir mal was und zack rennt der king da einmal durch die base wo man echt denkt okay krass also wirklich das ist nochmal ein richtiger schocker auf jeden fall das reißt natürlich richtig was aber hier sieht man es eben halt auch vom level her das sind einfach mal 10 unterschiede und jetzt macht die queen genau das wofür sie da ist einfach wirklich reichweite zeigen richtig richtig krass die reichweite weg schade äh weißt du was du hast jetzt mal schön einen aus driver angegriffen ich würde gerne mal gucken ich bin ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich bin ja fast der meinung ich guck mal gerade rein ob das der clan von mexl war ich muss noch mal gucken achso jetzt haben die hier so ordentlich rumgespammt egal gehen wir weiter gucken wir weiter durch hier weil wie gesagt wie oft hat man die möglichkeit hier ein paar champion ja genau ein paar legenden gameplays zu sehen das ist schon ziemlich nice stopp 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 wo sind die golems da ok kleinen moment ich gehe nochmal kurz zurück das ging mir ein bisschen schnell ich hoffe ich kann den angriff noch angucken nein tut mir leid ja war ein kleiner fail von mir war ein kleiner fail von mir jetzt gucken wir nochmal hier dass wir hier noch einen richtig richtig schönen raussuchen also ich meine die sind ja alle richtig schön so ist es ja nun mal gar nicht plus 17 alter fairfucking walther krass alter und ich würde echt da stehen ich würde da stehen und sagen scheiße ich wüsste gar nicht wie ich da ne ja an die beiden eher die fans kommt man relativ gut ran wie ich gesagt habe an die wäre man gut angekommen ich wäre jetzt von unten gekommen aber da seht ihr halt wirklich mal also von so high level gameplay mäßig sehe ich halt echt gar keinen schnitt ist halt definitiv so aber wie gesagt ihr kennt mich ihr wisst was los ist ich mach da kein hehl drum ich muss mir die auch nicht vorher angucken und dann sagen naja das könnte ja so sein und ja das könnte man ja so gemacht haben nein ihr wisst da drin bin ich halt einfach mal ein boon ich zeige euch die aber gerne dass ihr einfach mal spaß da dran habt und dann läuft das hier auf jeden fall aber einfach mal global die 44 angegriffen klappt ich meine dass da wirklich so viele pokale geflogen sind ist schon echt krass und gebt euch mal den loot nur mal so nebenbei plus natürlich den liga bonus das ist schon echt enorm und jetzt da meine kleine base oh ich habe nur noch eine minute ich gucke gerade mal sechs ja genug mauerbrecher auch passt dann können wir gleich noch mal eine runde starten hier würde ich mal sagen juhu richtig geil den müssen wir uns auf jeden fall noch mal geben einfach mal von christoph eine dev guck mal auf dem lavahund mal gucken wie lange der aushält ich gehe mal davon aus der kriegt richtig aufs maul aber das halt eben auch wieder zeit die der gegner sich wirklich im bereich von devgebäuden aufhält und wenn das ich habe glaube ich das richtig gesehen mit 35 prozent dann war das nicht mal ansatzweise knapp hier wurde noch ein jump gesetzt es ist natürlich eine knappe kiste wenn man hier jetzt sagt oh hier könnte man und da wurde schon vorbereitet mit earthquake aber hat nichts gebracht so hier haben wir jetzt noch die queen die halt noch gefährlich werden könnte aber hier ist der ein single inferno und er ist einfach mal da und ihr wisst selber genauso wie bei es bei den mauern ist wenn die mauern weg sind sind die mauern einfach mal weg und wenn da einfach mal ein inferno auf single ist dann ist die queen auch einfach mal weg fertig ist das ding 35 prozent richtig richtig fett also und guckt mal es war nicht also klar man könnte jetzt sagen oh naja 35 prozent ist ja nicht knapp gewesen aber guckt euch mal grundsätzlich an was hier eben auch so noch steht ja also klar wären sie hier noch die dichter rein gesprungen sag ich mal hätte auch noch anders aus gesehen aber wie gesagt wir haben noch beide infernos wir haben die teslas da noch am start also das war eine richtig richtig geile dev und ich meine verdiente 13 pokis auf jeden fall so jetzt gucken wir mal ob ich das auch so ein bisschen hin bekomme ich bin ja bei ich habe ja bei der letzten beim letzten angriff verkackt und deswegen bin ich wieder ein bisschen zurückgefallen aber wie gesagt so ist es halt man kann nicht immer gewinnen sollte man natürlich klar aber ist halt so und und dann denke ich mal werde ich in den nächsten videos euch dann wieder so ein bisschen was aus dem one million loot clan zeigen mit meinem zweiten account und dann schauen wir mal wie so der rest aussieht wenn ihr ja ich kann ja euch da noch ein paar Sachen dazu erzählen sage ich mal so ist das ja nicht ich will am wochenende wieder in richtung berlin unterwegs sein das wird bestimmt eine ziemlich coole nummer achso genau dann bin ich am montag nicht da nehmen also am montag nicht auf das heißt also höchstwahrscheinlich werdet dann in der nächsten zeit ein bisschen weniger kriegen aber ich habe ja auch den morgigen tag noch also sprich dann den donnerstag da nehme ich ja auch noch mal schön auf weil heute ist ja noch bei mir zumindest der mittwoch wie gesagt ich habe das immer super super gerne dass ich sage ey passt auf ihr solltet doch wissen ich möchte ja gar keine geheimnisse vor euch haben dass ich jetzt sage ich nehme vorher auf das darf keiner wissen natürlich dürfte das wissen warum denn auch nicht wie gesagt das einfach so die die chilligste sache überhaupt dass man das halt wirklich alles schön an den zwei tagen regeln kann und dann passt das ich habe wieder mega viel zu erzählen gehabt hier gibt es ja gar nicht holy shit ja aber ich bin wieder so faul ne nicht faul ich bin wieder so ein feigling und traue mir das nicht zu ich skipp euch mal wieder raus wenn es was schickes gibt hier auch wieder kurz vor der grenze wo ich sage schade würde ich gern aber sieben pokies aber hier seht ihr auch wieder das ist ich sag mal so eine halb gut gemäxte townhall 9 base und ganz ehrlich wenn die da oben sind also ich weiß jetzt ich habe jetzt gar nicht gerade in die liga gerade selber reingesehen aber selbst wenn es jetzt auch meister 1 war dann ist es ja für mich eigentlich wirklich ein kleines zu sagen gut okay die champ 1 sollte auch noch drin sein aber wie gesagt ich will meine fresse da auch nicht zu sehr aufreißen ich meine ich bin jetzt mittlerweile ganz sicher und safe in dem bereich dass ich sagen kann gut okay ich bin schön sicher champ 2 aber sehr viel mehr ja auch noch nicht so jetzt gucken wir mal den müssen wir hier angreifen klar problem wird halt sein irgendwelche teslas oder sowas die hier auch springen aber vor denen habe ich ja auch nicht so ganz viel angst ich guck mal gerade wo ist der feger ne hier nicht in der nähe also ich nehme jetzt wirklich mal alle sechs heiler feger ist dahin und wer weiß wo noch egal mir fällt aber gerade auf ich habe nichts anderes zum clearn ich habe nur meine cb nein doch doch nicht dahin junge wo ich mich echt da könnte mir ein bisschen schlecht werden so queen muss jetzt geraged werden auf jeden fall aber das ist nicht so das thema und jetzt in den rage müssten die mauerbrecher rein das wäre ziemlich geil genau und da haben wir ein offenes türchen und hier gleich nochmal ein rage rein ich gehe da wirklich kein risiko mehr ein das ding muss gefangen genommen werden also das ist halt wirklich so da nehme ich auch keine gefangenen mehr da muss gleich getötet werden mal gucken ob wir hier sogar noch so ein bisschen hier 30 prozent oder sowas machen aber das lohnt eigentlich nicht wirklich ja schön bleibt ruhig außerhalb des rages genau naja die geht mir down aber wenn die noch rausrennen würde aber die expose hauen da ordentlich rein aber ach kommt egal ich nehme noch den nächsten rage und nehme die prozent halt noch mit wobei wenn die jetzt außenrum rennen wird ich hätte nur noch die hexen aber wir lassen das ding mal auf ey das wäre ja der oberknaller jetzt kommt garantiert ja du hättest ja da noch da noch da noch machen können 39 na ich guck mal was da auf mich egal scheiß drauf hexen raus so jetzt wird es leicht tricky und da ja klar man will es natürlich nicht so richtig wahr haben aber das war es dann auf jeden fall aber es hätte ja klappen können ihr wisst ja dieser dieser funke man hätte doch noch und wie auch immer aber das passt auf jeden fall die fünf pokis war mir der spaß auf jeden fall wert und dann ist das ok jetzt haben wir gleich wieder noch hexen zum spenden und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten video wieder wenn es heißt der guso ist am start und er ist weiterhin in champ 2 das war's haut rein ciao ciao